Von Senenice. Heute gibt's wieder ein Katana. Ein Katana-Video. Also wenn ihr das Easter Egg fertig habt, dann könnt ihr euch da hinten das Katana... Ich will euch das jetzt nochmal demonstrieren, weil Kohle haben wir sowieso genug. Also können wir uns da hinten in der Udge das Katana holen. Wuuuuh. Und es ist runter, hört's an. Okay, nicht gepanscht ist nimmer ein One-Hit, gell, ab 30. Ah, bannert. Also da kannst du nicht mehr so reinwerken, oder? Ah, erst nachher, aber dann wird viel wieder richtig geil, oder? Also, es heißt, also das Zeug jetzt nur, dass man... Waaah, da ist zu. Das Zeug jetzt eigentlich nur, dass man... ...dass das nicht unendlich Kills macht. One-Hit. Ah, hört's schon wieder. Haha. Waaaz! Du gehst nicht zu, mein Fuchs, wie spinnst du, oder wie? Achso, ich hab gar kein Herz mehr, so schau zu Hause. Hat der auf ihn nicht rein? Ja, das Herz wird weg, oder? Ja, stimmt ja. Ja, stimmt ja. Das ist unser Herz, gell. Und dann gehen wir punchen. Also, mein Kohl ist schwer zweimal punchen. Ich zeige euch das jetzt nochmal mit einmal gepanscht. Boah, jetzt wollte ich mich schon raussehe aus dem Teleporter. Möge sie mir gut dienen. Ha! Der Ding! Haha, nein, das sage ich dann nachher. Jetzt geh zurück ans Set, du vergeudes gutes Filmmaterial! Und das ist unser, jedes Mal nach dem zweiten Mal schlagen, haben wir nachher unseren Spezialangriff mehr oder weniger. Aber was glaubst du, den Pekka-Punch? Deine Rollschuhe werden eine hübsche Trophäe in meinem Dojo abgegeben. Was noch einmal? Deinen Pekka-Punch-Raum. Wo? Da oder wo ich bin? Boah, ja. Bist deppert, oder? Ja, nein, ja. Irgendwann ist sie mir wieder weg. Ja, da brauchst du nicht einmal das Element dafür. Solange die One-Hit ist so wie die, wenn die grüne so wie der Panda-Schwert ist, oder? Ja, ja, ja. Bin jetzt echt gespannt. Aber es ist noch ein halber One-Hit. Sag jetzt einmal. Ja. Ja, ja. Du weißt ja, wie weit das eigentlich schlägt. Und man sieht, wie weit das eigentlich schlägt. Das ist richtig nice. Kann man einen ganzen Train zerschlagen so wie man sieht. Aber es ist richtig, richtig nice. Also mir dugs richtig, wenn wir jetzt sagen einmal an der Stelle. Und dann können wir es natürlich nur zweimal punchen. Hast du, noch gelohnt? Ja. Pass. Und dann können wir es ein zweites Mal armeln und punchen. Bei der Punch-Tour kriegst du noch in die Beschreibung eine Strom-Tour-Tour, zweimal gepunchtes Schwert. Da haben wir wo auch, wenn ich jetzt... Also, er steht noch immer da drinnen. Okay. Also, man kann sich niedlich irgendwo wieder durchschlagen. Ich glaube, die kommt gut zusammen, das muss man auch nicht mehr so aufpassen, dass es dann auch eine One-Hit ist. Was? Wenn du irgendwas hast, was dir ständig R2-X oder so drückt, da wären es schon ewig, glaube ich. Ja, ich hätte einen Emulator mehr oder weniger. Das ist ein Konvertierer. Schau. Da, wo ich meinen Controller einfach auf... 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 äh... irgendeinen Dixer draufpicken oder was, dass es auf... auf... unlimitiert geht. Nachher... geht es so... Auf jeden Fall, das ist unser... doppelt gepunchtes Schwert. Also, wir haben da unseren... Drachen... äh, unseren Drachen... unseren Panther. Und... so schaut es aus einfach. Wusch! Also, einmal unser... Huio! 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 Und das muss in jedem Video drinnen sein. Das hilft nicht. Huio! Also, richtig, richtig nice, muss man jetzt nochmal sagen. Also, es... übertrifft fast meines Erachtens das... Revelation ist eh... äh, das Revelation-Schwert. Bei Weitem, oder? Bei Weitem, oder? Bei Weitem. Weil es allein schon zweimal zum Tanzen geht. Man hat nachher unten die Munition. Es... Habts nicht unendlich Munition? Ja, sicher, ja. Genau, ja, das zeige ich euch jetzt an. Aha. Und dann gleich habe ich den weg. Und hab da so einen kleinen Tränen und den kriege ich komplett. Du brauchst eine Lektion im Kämpfen! Das ist jetzt nicht Sinn. Also, es ist richtig, richtig nice. Auf jeden Fall. Also, ich habe keine Fähigkeit mehr. Mhm. Ja, passt. Jetzt habe ich euch das Katana noch einmal gezeigt. Also, ich habe euch einmal wieder Mut gemacht, dass ihr das Easter Egg gemacht. Solo könnt ihr beim Bossfight nicht sterben. Äh! Solo könnt ihr beim Bossfight nicht sterben. Entschuldigung, dass ich dir die volle Munition nochmal abtue. Ja, das erste Mal darfst du mir bei einer Max-Mole beschweren. Ja, aber schau, ich kriege keinen Schaden da. Ich kriege meinen Mann nicht ab. Die eile Sache. Ja, passt. Das war's von meiner Seite. Das ist unser Schwert. Viel Spaß beim Nachmachen, sag ich jetzt einmal. Und beim Easter Egg schaffen, viel Glück noch. Euer Sinemes.